so hallo und herzlich willkommen heute mal wieder zu einem counterstrike video und zwar habe ich heute morgen ein bisschen gegambelt und habe da gut reingelaggt und habe mir ein bisschen zeug auf steam verkauft und davon habe ich mir mal wieder kies gekauft 30 stück an der zahl spektrum kiste und ich hoffe hier kommt jetzt mal neigt bei raus und ja ganz klassisch ein case opening sieht man nicht mehr so oft es gibt ja nur noch diese skin hat und seiten was ich openings mit dreieinhalb tausend milliarden euro openings um die kiste von 400 dollar aufmacht und natürlich alles gesponsert aber das können wir kleinen youtube uns ja nicht leisten deswegen ein klassisches case opening und ja gucken wir mal vielleicht lag mal wieder rein ich würde mich auf jeden fall darüber freuen wenn ihr was in die kommentare schreibt und einen daumen hoch da lasst und ob ihr überhaupt so alte case openings oder so noch sehen wollt oder ob euch das einfach dann zu langweilig ist wenn die kiste nicht 200 dollar kostet da mit sicherheit das ganze und ja bis jetzt läuft es nicht zu groß ist ich habe übrigens meine default usps habe ich vor den navi aufkleber drauf gemacht dann habe ich morgen auch mit gewonnen kostet glaube ich 22 euro und ich habe dann einfach so gefeiert hat wieder so den skin werde ich niemals verlieren deswegen baller ich bin als einfach drauf hatte ich vor kurzem auch überlegt mit einem hauling down aufkleber zu machen aber das war mir dann doch noch zu krass ich habe mal ich war dem letzten twitch und habe die 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 vier zahlen geguckt und da war cs ist richtig 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 runter gegangen ich glaube wenn da nicht die es alles oder so es waren wirklich nur ein paar tausend zuschauer krass aber ich glaube auch so dass du gameplays will halt niemand mehr sehen von irgendwelchen lauchs wie mir oder sonst irgendjemand auch egal auch wenn du wenn du global bist interessiert einfach kein gegambelt werden darf nicht mehr auf twitch ja was bleibt noch deswegen glaube ich die klickzahlen auf twitch von cs runter gekommen dazu kann natürlich noch player annonce das ist richtig in die höhe geschnellt werde ich auf jeden fall auch mal anzocken kann ich auch mal ein video dazu bringen könnt ihr aber in die kommentare schreiben ob ihr das sehen wollt ja bis jetzt sieht hier kisten technisch nicht so gut aus ich werde jetzt auch versuchen wieder öfters videos zu bringen ich habe jetzt ein wieler gebracht und ein armer 3 gameplay eventuell demnächst mal wieder ein cs highlight video einmal gucken motivationsgründe und zeittechnisch war jetzt einfach gerade in letzter zeit nicht so viel los aber wer mich seit längerem folgt kennt das ganze bei mir bei mir ist halt motivationsbedingt wenn ich bock habe und zeit habe dann baller ich keine ahnung mehr für videos raus und wenn ich halt keinen bock habe dann kommt halt kein video so ist das eben bei mir ich bin ja auch darauf nicht angewiesen ich mache das just for fun von dem her ist es auch nicht so schlimm ich merke es natürlich immer wieder in den klickzahlen ist natürlich klar wenn man einen monat lang nichts hochlädt dass danach erst mal nichts mehr geht aber gut das heißt da ist gerade was rotes vorbei nochmal was rotes in star trek dann lockt die game wieder richtig aus der reserve aber er gibt natürlich nur was blaues machen wir noch vor uns zum knife wäre mir wieder geil aber es wäre ich sage auch immer so ein knife halt kein gut knife sorgt für 35 euro sondern mal richtig eins keine ahnung irgendwie was richtig krank ist musste mal um die ecke kommen aber es kommt nur blau um die ecke und wenn ans knife kommen da kommt der ex und grad knife sorgt raus 35 euro das ist schon das ist ja schon wieder so fast so eine enttäuschung freut mich richtig aufs knife und kommt nur so kack ratze raus und dafür bin ich ja leider auch bekannt ich ziehe so generell immer mal so was rotes und so wo auch relativ gut was wert ist das wieder was rotes vorbei die knife meine fresse ich glaube es nicht ja ein jagdmesser ultraviolett ja kampfspuren auch wieder ist besser als ein gut knife sorge aber ganz ehrlich nicht viel besser aber zumindest mal knife aber leute die viele kisten aufmachen die verstehen mich da wahrscheinlich dass man da dann sich nicht mehr so krass darauf freut so die anspannung ist natürlich schon da aber da kommen halt bei mir immer so kackhäuser aus ich denke mal das knife wird vielleicht weiß ich nicht 50 50 euro wert sein 60 euro es landet auch nachher direkt wieder auf dem markt dafür ist noch okay wieder ein paar kisten im mm öffnen so ein paar lilan jetzt sehe ich auch aber ja die sind auch alle in absolut nichts wert aber da ist jetzt das knife wieder für die nächsten 25.000 kisten ist deshalb wieder weg wenn ich jetzt natürlich in jedem case opening was ich mache so ein knife ziehen würde dann würde ich mich auch nicht beschweren aber ja lila so viele sind nicht mehr übrig ich denke auch nicht dass ich jetzt hier noch was großartiges ziehen werde star trek 5 7 gefällt mir auch optisch irgendwie gar nicht die ak blotspot ist mega nice die usbs ist fett wobei ich jetzt immer die default usbs spielen werde die cz war ich übertrieben und die awp ist auch richtig geil also an sich skins hier schon richtig fett aber freut sich halt immer wieder und denkt kommt 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 aber es kommt einfach nicht es kommt einfach nur blau einfach nur blau und alles fliegt vorbei zehnmal auch bei meinem bruder glaube ich wann war es am mittwoch ist halt auch wieder ein knife vorbeigegangen vorbei so krass einfach vorbei ist mir auch schon passiert hatte ich auch schon video drin ist richtig das ist richtig so ein arschtritt einfach nur so viele sind es nicht mehr vier sind es noch wie gesagt da ist jetzt wieder gay black auf 0,0000001 gesetzt worden dass ich auch ja nichts mehr ziehe außer blau aber zumindest mal at least ich muss immer noch positiv sein ich habe ein knife das kann ich nachher auf dem markt verkaufen da habe ich zumindest mal die keys wieder raus das ist ja schon auch heutzutage mehr als man überhaupt erwarten kann letzten zwei kisten kommt jetzt auch noch blau das weiß ich wie es halt immer ist die bison so letzte kiste jo fazit ist ganz okay beschwere mich nicht jetzt gerade gucken habe ich noch irgendwelche kisten die ist so alleine da die eine chroma 2 skins sind richtig ausgelutscht nichts mehr wert aber manchmal noch für eine knife gut aber auch hier nicht mehr ich gucke gerade nochmal random einfach durch ich habe hier noch einen arrofen kisten wildfire würde ich nicht öffnen habe ich noch gamma 3 chroma 3 hydra sind es die handschuhe nein sind es nicht ich habe noch eine gamma gamma 2 habe ich hier noch welche die mache ich noch kurz auf dann reicht es für heute würde mich auf jeden Fall freuen wenn ihr einen Daumen hoch reinballert schreibt in die kommentare was euer letztes krasses zeug war was ihr gezogen habt würde mich mal interessieren und was ihr von der messer geschichte hat natürlich keine frage knife ist knife aber versteht ihr mich da oder sagt ihr so nil kann ich gar nicht nachvollziehen und keine ahnung würde mich auf jeden fall mal interessieren hier kommt irgendwie auch noch die neon real evolution ist mein absoluter lieblings skin den hatte ich damals schon als desktop hintergrund wo der noch in also wo der vor wie heißt ich ein zwei jahren oder so wo der nicht mal dran gedacht worden konnte dass der in die kiste reinkommt krasse geschichte auf jeden fall so fazit ist wir haben ein knife ein paar schrottskins können wir noch ein trade up machen aber generell passt ich beschwere mich jetzt nicht und dann sage ich jo vielen dank fürs einschalten und bis zum nächsten mal ciao